Schafe sind die selten, ne? Da ist auch was Schönes. Ja, das Problem ist, dann muss ich halt nach Bäumen suchen. Bäume suchen würde ich nicht unbedingt gerne. Aber hier hätte ich natürlich Berge, wo ich dann Eisen und alles suchen kann. Aber ich fand ja wirklich, da muss ich mich halt vielleicht ein bisschen weiter weg begeben. Immer. Die sind in einem Platz. Gut. Die ist aber nicht auf einer Ebene. Ich guck mal weiter. So. Wüste, das mache ich nicht nochmal. Das kann ich nicht machen. Neue kleinen Tinkenwüste. So schnell braucht man sein Essen auf. Wüste, 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 Wüste. Vielleicht ist ja, wenn ich so weiter gehe, irgendwo dann wieder Wiese. Ah, so eine richtig große Wiese war nicht, ne? Dass ich sage, wow, da ist irgendwas cool. Wow. Gibt's ja nicht. Warte mal, da ist grün. Da ist grün, da ist grün, da ist grün. Habe ich vielleicht mal einen Platz gefunden in diesem Moment. So, mal gucken einfach. Ist ja gerade eine Stadt. Wiese. Die Sonne rührt unter. Ach, hier finde ich schon ganz okay. Ich baue hier auch eben schnell wieder ein Haus auf. Ich brauche die Blöcke. Komm. Das muss ja nur was sein, wo ich eben schnell drin bleiben kann. Das muss ja nichts Großes sein. Okay. Okay. Ein, die Tür nehmen und zack. So, jetzt habe ich mich wieder eingebuddelt. Jetzt muss ich halt dann gucken, jetzt brate ich mal so lange noch wieder diese Fleischstückchen hier. Habe ich auch ein bisschen Licht hier drin. Also die Wiese finde ich eigentlich ganz okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich nur gucken, ich muss mich eben mal richtig hinsetzen, wenn mein Schuhold weg ist. Da muss ich nur gucken, wie ich das... Soll ich wirklich hier? Da ist Schnee, da sind Bäume. Ich gehe mal lieber weg, weil da hat es gerade geknackt bei mir im... Oh, ich weiß nicht, ob das im Spiel jetzt war, aber... Ich gucke mal eben mit der Lautstärke, Musik-Lautstärke noch mal ein bisschen lauter, ne? Also hier könnte ich mir das gut vorstellen, weil da hätte ich jetzt Bäume, da hätte ich Wasser in der Nähe, da hätte ich Wüste in der Nähe und Berge in der Nähe. Eigentlich alles, was ich zum Überleben brauche. Und Tiere. So ein paar. Und viel Gras, da kann ich dann richtig schön viel anbauen. Und viele Skelette. Ich muss mich verarschen. Da, das, das, ich glaube, hier baue ich mein Haus. Ein bisschen klein wird es jetzt erstmal dann sein, aber ist mir dann auch erstmal egal. Ich habe ja auch noch nicht so viele Steine. Ich würde zwar gerne mit dem Holz bauen, aber dieses Holz ist dunkler. Da muss ich halt mal gucken. Ich kann mir auch mal vielleicht Optifine reinhauen. Das würde eigentlich bei mir noch gehen. Shader wird nicht bei mir gehen, nur Optifine. Dann kann ich auch mal zoomen. Schön auf die Zoom-Taste drücken. Ich kann jetzt auch so machen. Ich mache gleich bei Sonnenaufgang mal ein Picture. Weil dann kann ich nämlich auch schon mal was als Thumbnail nehmen. Dann habe ich das für diese Aufnahme. Mal schon mal 11. Jetzt los. Ich habe nämlich eine Stoppuhr erhalten. Mal mein Handy an. Ich muss ja auch sehen, wie lange ich aufnehme, weil ich habe auch noch was vor, ne? Ich muss auch noch konvertieren. Ganz viele Sachen, deshalb... Ist das nicht so geil jetzt gerade? Was ist das denn an meinem Headset da die ganze Zeit? Da habe ich Sand, da habe ich Bäume, Berge und eine Stadt. Wenn ich hier ein schönes Haus irgendwo hinbaue, hier so... Ich glaube, damit kann man leben. Und die Wiese sieht ja auch schön aus. Deshalb ist es ja nicht so dieses... Gebt die Sonne schon auf? Nee. Schade, jetzt ist kein Licht mehr da. Warte mal, ich habe da noch irgendwo... Eine Händchenkeule, so. Jetzt wieder ein bisschen heller. Mal, dann mache ich das so. Ich glaube, hier kann ich mit leben. Hier sind auch keine Bäume, wo dann die Skelette irgendwie überleben können und mich angreifen so schnell. Ich glaube, das geht alles. So. Schade, jetzt wieder dunkel. Soll die Sonne ein bisschen aufgehen, dann mache ich mal ein Screenshot. Ist eigentlich der Mond da. Der geht aber noch nicht unter, das ist das Blöde. Kann ich das auch hier ein bisschen erkunden. Von da hingehen, das mache ich nachher mal. Äh. Was kann ich noch machen? Ist das nur ein Turm, oder ist da gleich da hinten noch eine Stadt, eine richtige, also so ein richtiges Dorf. Das wäre natürlich auch cool, da hätte ich ein paar Nachbarn, wie letztes Mal, die ich dann berauben kann. Mal gucken. Mal, warte mal, das Holz kann ich wieder rausnehmen. Ich könnte natürlich das Haus einfach vergrößern dann, aber ich baue mir da richtig was hin dann. Erstmal. Oder such mir Wolle. Ich glaube, ich such mir erstmal Wolle. Ich lasse das so klein und dann suche ich mir erstmal die ganzen Sachen zusammen, die ich brauche zum Überleben, weil im Moment schützt das Haus ja noch. Aber hier bin ich im Moment sicher, ne? Die ist der Raval, so wie im Horrorfilm. Wo sind denn die Skelette, waren die nicht gerade noch? Da waren nur gerade noch Skelette. Wo sind sie hin? Da ist nur eine Kuh, oder ist das? Ne, da ist ein Skelett da hinten. Oh, da ist nur eine Kuh. Oh mein Gott. Blume. Ich könnte natürlich schon mal da hingehen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ratsam, dass ich das mache. Ah, guck mal, eine Gangsterarmee. Creeper. Da muss ich aufpassen mit. Spinne, Creeper, Skelett. Das ist ein Spinnenskelett. Da reitet ein Skelett auf einer Spinne. Voll fett. Okay, ich muss trotzdem mehr aufpassen. Ist natürlich klar. Und ein Zombie. Das ist also eine ganze, ganze Horrorgemeinschaft. Guck mal, da habe ich sogar noch. Da bist du. So, es gibt vier Eichenholzer. Da habe ich schon mal was. So, es gibt vier Eichenholzer.